Olaf Scholz, hier links im Bild, kam nach einer 90 Stunden langen Geburt 1958 zur Welt. Ausgerechnet am 14. Juni, bekannterweise der langweiligste Tag des Jahres. Langweilig! Scholz ist das fünfte von vier Geschwistern einer Familie von Stummfilmdarstellern. Sein Bruder Claude August wurde durch die Darstellung einer Vogelscheuche berühmt. Olafs erster Meilenstein, beim Krippenspiel spielte er ein Stück Holz, hier nicht zu sehen. Ein Jahr später wurde er mit null Stimmen zum Klassensprecher gewählt. Außer ihm waren alle anderen Kinder krank. Als Jugendlicher war Scholz voll auf Zack und schnell wie Speedy González. Dann ging er in einen indischen Ashram, wo er von einem Guru erfuhr, dass er früher mal eine Schildkröte war und erst mal ein paar Gänge runterschalten soll. Wir haben ja keine Zeit zu warten. Nach erfolglosen Versuchen als Hundeverklopper, Erfinder von Riesenhandys und Dubel von Mr. Magoo wurde Scholz souveräner Politiker und Wortakrobat. Da sitzen wir in einem großen Wald, wo wir noch viel tun müssen. 2011 saß Scholz sogar mal neben Helmut Schmidt. Scholz bezeichnet den Tag als den spannendsten seines Lebens. Schmidt nicht. 2014 wurde er dann zum Mantelträger des Jahres gekürt. Und 2017 wurde in Hamburg dieser Strauch nach ihm benannt. Außerdem hat Scholz tatsächlich mal den lustigsten Witz aller Zeiten erzählt. Leider nur sich selbst. Sonst noch was? Das war's. Dann eben nicht. Das war die fabelhafte Welt des Olaf Scholz. Hallo, ich bin Christian und studiere Kulturwissenschaften im 57. Semester. Und ich habe ein Gedicht mitgebracht. Rosen sind rot, Pfeilchen sind blau. Warum nicht in der Mediathek? Extra 3 schau. Hm.